3, 2, 1, let's go! Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist ultra früh für mich. Ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so früh Fortnite gespielt. Es ist 9.30 Uhr. Ja, normalerweise bin ich jetzt gerade beim Sport oder so. Ich bin immer erst um 11 oder so im Büro. Alter, was soll ich sagen? Na ja, MaxiFy ist auf jeden Fall heute mit dabei. Hi Ho! Jessi. Hi! Und Jessi ist eine Freundin von MaxiFy und Maxi meinte, ey du musst die unbedingt anschauen, wie gut die spielt. Und sie ist die heftigste und sie wird auf jeden Fall im Lost Line alles auseinander nehmen. Also gucken wir jetzt heute, wie gut Jessi wirklich ist. So, ich musste hier gerade noch irgendwas aus meinem Gesicht entkommen. Jetzt können wir auch direkt anfangen. Habt ihr euch warm gespielt? Eine Runde. Ja, ich auch nicht. Also ich bin auch wirklich echt heiß. Das ist meine erste Runde heute wieder, das kann nur geil werden. Aber die hätte ich die Waffe bekommen. Ja! Trios hätten wir auch spielen können jetzt, oder? Aber hier können wir mehr Kills machen, glaube ich. Ja, okay, dann machen wir mehr Kills. Auf geht's, Leute, auf geht's! Okay, drop me a pleasant. Können wir machen. Okay, und raus! Ich bin echt mal gespannt. Also Maxi hat echt in hohen Tönen von dir gesprochen. Meinte, das ist absolut unmenschlich. Und Maxi meinte, dass du sogar besser wärst als er. Und Maxi hat auch gesagt, dass er der schlechteste Spieler der Welt ist. Was hat Maxi alles gesagt? Ja. Genau so war das. Nicht anders. Maxi hat dir jetzt auch beim Lost Clown unterschrieben. Wusstest du das? Ja, ja. Also ich hab so einen Vertrag mit ihm aufgesetzt. Ja, ja, richtig, genau. Tja, selber schuld, wer sowas unterschreibt, sag ich ganz ehrlich. Oh mein Gott, seit wann steht da dieser Baum? Seit wann ist hier dieser Baum? Rewi, ich hab ne Waffe für dich. Ja, was denn? Du musst mir aber irgendwas als Gegenleistung dafür geben. Na, Kau ne graue Pistole? Die graue Pistole nehm ich dann. Okay, das ist stark. Das ist ein fairer Trait, glaub ich. Ja, ich hab auch noch ne Boogie Bomb, die ich auf dich werfen könnte, wenn du möchtest. Das wär nicht so cool eigentlich. Wir haben alle Combats in Shield. Also, gewusel dir. Hey Dickie, geh mal aus der Tour, danke. Dickie? Hast du mich keine Dickie genannt? Na, ist von Spaß. Okay, der Typ wurde hochgeholt, unter meiner Treppe. Welche Treppe? Ja, ja, ich hab ihn gesehen, aber ich will ihn für Rewi lassen. Der ist tot. Hey, das war Diebstahl. Nee, nee, das war die. Hab ich nicht verdient? Oh mein Gott, bei mir! Ah! Hab ihn? Hab ihn? Ah! Noch einer! Noch einer hinter mir! Ich hab drei Kills. Danke für den Carry, Rewi. Du bist der Beste. Maxi, du weißt doch. Keine Ahnung, du weißt doch. Keine Mets! Oh mein Gott, ich bin so tot! Ah, ich hab keine Mets! Keine Mets! Ich hab ihn aufgenommen! Oh Gott, nein! Hot! Nein! Ich hatte keine Mets, Alter, sonst hätt ich das easy geholt. Das war ein komplettes Team, ne? Ja, ja, war ein komplettes Team. Aber das Problem ist, dieser Skin, den du eben gesehen hast, ist gerade im Shop. Oh, der ist auch... Oh, der sieht geil aus, Alter. Aber ich brauch dich noch einen Skin. Aber was ist... Den brauche ich! Dieses jemand brauche ich! Jetzt! Oh! Jochi! Moment, stopp! Sorry, ich muss ganz... einmal ganz Invert haben mit Dabs voll machen. So, warte, jetzt muss ich alle Dabs hier finden. Ah, da ist er! Ja, ich hab ihn! Ich hab alle vier... Ich hab die... Alle vier Dabs, okay. Nummer eins, unendlicher Dab. Nummer zwei, der normale Dab. Nummer drei, der tiefe Dab. Und Nummer vier, der Dab des Gentleman's! Und wenn ihr auch alle Dabs haben wollt, meine Freunde, kauft die mit dem Creator Code Revinzler! Ja! Dab des Gentleman's! Unendlicher Dab! Dab! Tiefer Dab! Wow! Tiefer Dab! Dab! Unendlicher Dab! Dab des Gentleman's! Tiefer Dab! T-Pose! Hackenknacker! Okay, es reicht. Und raus hier! Okay, let's go, let's go, let's go! Komm, sieh, schnell! Ich kann! Hab zwei down! Maxi bei! Hier vorne, hier vorne vor mir, close! Komm, klick dir! Revi, deiner, komm! Hier ist noch einer auf dem Dach! Hier ist noch wer, Maxi? Mhm. Oh mein Gott! Bei mir im Keller, bei mir im Keller! Er ist low, er ist low, er hat 91er Headshot bekommen! Hat sich gehealt, nevermind! Jaaa, komm, Digga! Pass auf, die Prüche, die Prüche, die Prüche! Ich kann nichts machen! Oh mein Gott, er hat mir Ultra gegeben! Er hat aber auch gute Hits bekommen von mir! Hab ihn! Ja, das ist ein guter Start! Komm, wir ziehen das durch! Revi, pass auf, 60! 60 beim Baller! Beim Baller, reicht's! Der fällt jetzt mit dem Baller rum! Nicht! Maxi, er ist hier drüben! Oh mein Gott! Vor mir stammt jemand! Er kommt drüben! Er ist, kommt noch so eingelaufen! Wo sind wir, Revi? Einer ist auch noch im Haus! Hab ihn? Nein, kenn ich nicht! Oh, guck mal! Oh, ich kann Frühling machen! Achtung, wenn ich jetzt einen Baum schlage! Der wird grün! Alter! Sommer! Er ist mit Sommer! Ist das ein Bug? Nein, es ist gewollt! Endlich schmilzt diese Schneelandschaft hier hinten! Äh, ich bin mit dir am Fliegen! Hab einen knocked! Oh Gott! Rikmann ist einfach verschwunden! Vielleicht kommt's zu euch! Hab den anderen, äh, Revi! What? Ah! Das sind mir jetzt die Fighten! Die Fighten! Endlich! Dahinter Fighten noch welche, ne? Alles gut, Jungs! Wow! Okay, mach einen Trap! Das ist meine! Das ist meine! Sorry, Revi! Sorry, Revi! Kein Problem! Ich bin nur traurig, nicht enttäuscht! Jetzt haben wir Waffen, weißt du? Jetzt können wir alles pushen! Ich hab sogar noch einen Jump Head! Revi, deine HP triggert mich ein bisschen! Magst du vielleicht das Mad Kit nehmen? Nein! Oder einen Lagerfeuer usen? Revi, ich hab drei Lagerfeuer! Lass mich dir helfen! Okay, stell hin! Danke! God bless! Hier, sogar zwei, damit es schneller geht! Unnötig! Ja, ich weiß! Okay, sind noch drei Leute am Leben! Wir jump hätten in die Zone gleich! Ja! Okay, warte noch drei Sekunden! Ich will die alle drei snipen! Ich muss die alle drei snipen! Wo sind sie? Ja! Da sind sie drin! Achtung! Die haben aufgemacht! Achtung! Revi! Der drin bei dir! Oh mein Gott! Close! Oh mein Gott! Ich bin down! Der will den einen in der Pyramide wieder healen! Schnell! Der will meinen Kill holen! Da! Der steht gleich wieder! Der steht gleich wieder! Und dann werde ich gefinished! Da! In der Pyramide! Hinter dir! Oh, es ist zu spät! Jetzt verkackt! Jetzt verkackt! Die stehen beide! Nein, nein! Du hast die Kill bekommen! Ja! 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 Gut gemacht! Revi! Ey! Revi! Ist das letzter! Er ist da hinten! Oh mein Gott! Ist der süß! Oh! Wo? Markiert! Er versteckt sich! Hä? Er ist an dem Zone-Rand runtergerutscht! Oh nein! Oh Mann! Der Idiot! Oh Mann! So ein Dummkopf! Ich hätte dem Sie sogar geschenkt! Der war ganz hinten am Zone-Rand und ist runtergefallen! Ich glaube 8, 9, 6 Kills, das ist in Ordnung! Aber das reicht mir noch nicht! Wir müssen mehr! Also noch eine Runde! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ach, ich hab' gleich den Refrain! Ich vergesse es immer! Ist irgendwo noch einer, ne? Oh mein Gott! Leck! Don't do it! Oh, von hinten! Oh! Maxi! So ein ganzes Team! Jesse, du hast das! Tag! Hey Maxi! Alles gut! Das schaffst du! Auf geht, Jesse! Sehr schöne Builds hier! Sehr schöne Builds! Ja! Maxi, krass! Ich glaube das sind 3-3! Links von dir ist jemand gelandet! Da hinten in der Mitte! Ich würde vielleicht ins Haus gehen! Ja! Was? Ich hab' ihn aber noch genockt! Oh mein Gott! Was für ein lächerlicher Spieler! Der ist ja wieder 7 Kills! Ja, ich weiß schon! Ja und wir, Revi? Wie viel hast du? Einen und du? Drei! Wir sind scheiße! Okay, jetzt zuerst meine Karte holen! Nein, hast du nicht! Nein, hast du nicht! Wie immer! Ich bin immer der Zweite, der rauskommt! Oh nein! Es bist du! Es bist du! Warum bin ich immer der Zweite? Ja! Man, wir werden hier komplett durchgekehrt von Jesse! Ein Mädchen carried uns! Ich weiß gar nicht, wo der ganze Loot liegt von den Leuten, die ich gekehrt hab! Hm, ich esse meinen Schoko-Großong während der Aufnahme! Richtig gut! Und du teilst nicht! Das ist richtig fies! Ich bin grad gegen die Laterne gelaufen! Ich teilt nicht mal den Blut! Ich lande und bin tot! Ich seh's schon kommen! Uh, einer tot! Nochmal 30 Blau! Hab ihn! Boah Junge, easy! Richtig gut! Ich bin die Legende! Build Battle gewonnen! Ja! Ich bin der beste Spieler! Okay, Jesse, wie viele Kills hast du jetzt immer noch 8, ne? 8, ja, ja! Ja, schlecht, ey! Maxify, wie viele hast du? Wir haben genau gleich viele, Phoebe! Beide drei! Krass, ey! Wir sind die heftigsten! Ja, dann werden wir wohl gecarried! Weißt du, wir haben nicht mal zusammen so viele Kills wie sie, okay? Das ist richtig traurig einfach! Egal, sie macht schon gut, sie hat's verdient! Danke! Okay, und jetzt hole ich mir den Fallschaden, wenn das von Maxify kaputt geht! Ach ne, doch nicht! Komm, wir gehen hier hoch! Wir gehen hier hoch zu diesem Piratenlager! Nein, das ist weniger! Leute, ähm... Ja, ja, ich komm nach! Ich hab heute geguckt, was für eine Waffe das ist! Äh, Jesse, also... Ja, hier unten zwei! Guck mal, da feiten die, Revi! Lass uns raufgehen! Ja, ich bin aber nicht mal hier! Komm! Du kannst mit der Kanone dich hinschießen! Ja, dann sterbe ich! Ja, let's go! Nein! Maxi, kommst du mit? Ich bin nicht alleine rauf! Ja, ja! Achtung! Jetzt kommt Revi! Maaaann! Legende! Was war das denn? Ja, das war deine! Machst du denn da, Revi? Hit ihn! Oh no! Tasman geht da genau, dann springen! Ja? Nein? Ja? Frisch! Ich bin schlecht! Aber den da unten kann ich da holen, oder? Komm, der läuft hier so offen rum! Könntest du try, meine Karte aufzusammeln? Du hast nicht schon wieder... Oh mein Gott! Pump mitnehmen? Das mit der Kanone war grad so ripped! Die Kanone hat mich einfach nur nach vorne katapultiert und ich... Ach, das war einfach so dumm! Wie viele Clins hast du jetzt, Maxi? Ich hab fünf! Ich hab immer noch acht! Revi! Was denn? Give me the mats, please! Okay! Ich kann auch noch ein paar geben! Ja, sehr gut, danke! Für mich natürlich! Du hast weniger Leben! Ein Spieler wirklich gelasert! Ich auch noch! Vielleicht hier irgendwie... Oh Mann! Oh, ihr seid da hochgegangen zu gehen! Okay, ihr seid mutig! Aber bei den anderen... Habt beide down? Ja, ne? Die sind ja auch tot jetzt! Ich will einfach die letzten beiden Gegner töten! Geil! Das ist das Ziel, diese Aufnahme! Mann, wo sind die denn? Ich weiß wo! Die haben Baller über uns! Nein! Die sind hier auf dem Baum drauf! Auf dem Baum! Ach ne, warte! Du hast den Baller! Jessie! Die riften beide! Die sind beide geriftet! Genau in Buffers! No, Maxi! Das war meiner! Der war ohne Shot! Den letzten muss ich trickshotten! Ja, mach das! Wo ist der? Da hinten ist er! Oh nein! Guck mal! Der Arme! Aber der baut nicht da hinten! Lass ihn leben, Jessie! Ja, ich schieße nicht! Ich schieße nicht! Ich schieße nicht! Ah, er schieße auf mich! Fällt runter! Lass ihn runterkommen, Jessie! Ich pickaxe ihn! Oh! Ne, jetzt bringe ich ihn so um! Mach mit Heavy-Sniper ein No-Scope! Oh! Hey! Feierhaft! Hey! Ich habe ihm einmal die Möglichkeit gelassen! Ich habe ihn versucht zu No-Scopten! Dann hat er zurück geschossen! Und da musste ich mich wehren! Tut mir leid! Leute, das war's von diesem wunderschönen Video! Schaut auf jeden Fall immer gerne bei Jessie und Mexi vorbei! Ah! So früh spielen, das ist nichts für mich, Jungs! Da muss ich erstmal reinkommen! Und Mädels, natürlich alle! Alle, die zugucken und alle, die hier auf dem Teamspeak sind! In diesem Sinne! Vielen Dank für diese Aufnahme! Nutzt meinen Creator-Code! Ich bin damit raus! Macht's gut! Hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Bye-bye!